Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit Jagd auf Rang 1 in der 64. Saison. Wir sind aktuell kurz vor dem dritten Rang, kann auf jeden Fall so weitergehen. Und ich würde auch fast sagen, wir gehen mal direkt ins erste Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Nördliche Gewässer. Weiterhin mit dabei der JC Gameplay und der Taktik Angel. Fahren auf jeden Fall Richtung Mitte. Schauen wir mal, wo wir die Gegner so aufklären können. Sind auf jeden Fall auch geortet, vermutlich von der Fletcher im Gegner Team. Flymouth müssen wir auf jeden Fall sehr aufpassen. Sieht aber so aus, als wenn auf jeden Fall die Fletcher hier auch in unsere Richtung fährt. Da haben wir schon mal die Plymouth entdeckt. Und auch alle anderen Schiffe, bis auf den Zerstörer. Mumpel hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ist ja mehr oder weniger eine Cleveland. Sprich, Radar auch vorhanden und wir sind auf jeden Fall schon mal dick drin. Deswegen drehe ich jetzt hier auch schon mal ein bisschen ab, um zwischen uns und den Kreuzern eine größere Insel zu bekommen. Radar hier auf jeden Fall fürs erste Mal die Fletcher. Und ich nutze jetzt hier auch mal meinen Nebel, um meinen Radar nochmal zu verlängern. Boah. Durch die ganzen Inseln hatten wir nicht die beste Chance viel drauf zu schießen. Aber trotzdem hat die Fletcher doch gut was an Schaden kassiert. Haben glaube ich auch noch einen Rand auf der Fletcher. Der Schaden geht auf jeden Fall oben rechts noch leicht hoch. Von daher wird es für die Fletcher ganz, ganz eng beim nächsten Mal. Wenn sie wieder aufgeklärt wird. Und ja, der J.C. sollte dort wahrscheinlich auch den A-Punkt einnehmen können. Gauen wir mal, ob ich kurz rückwärts fahren kann, um dort eventuell die Torpedos mal Richtung Nebel zu werfen. Da kommen auch Fletcher-Torpedos vermutlich. Wird eine enge Sache hier. Okay, konnten glücklicherweise noch ausweichen. Waren wahrscheinlich doch keine Fletcher-Torpedos. Kam mir ein bisschen zu schnell vor. Waren ja auch nur vier anstatt fünf. Allerdings kann natürlich einer auch irgendwo an der Insel hängen geblieben sein vorher schon. Das weiß man nochmal nicht so. Aber ja, die Fletcher ist auf jeden Fall draußen. Das ist schon mal perfekt. Die Plymouth ist weiter vorne leider. Torpedos ist dementsprechend vorbeigegangen. Irgendwo dort in dem Bereich müsste er sein. Vielleicht sogar noch weiter vorne mittlerweile. Ach, kam hin. Okay, nee, das war die Brandenburg ein bisschen höher. Wir helfen jetzt doch nochmal. Den A-Punkt einzunehmen. Konnten nochmal einen Brand auf die Brandenburg machen. Versuchen, so viel wie möglich unsere Hop-Bewaffnung zu nutzen. Da ist die Plymouth. Hat aber auch nicht mehr viel übrig. Der Taktik bereits mit dem Großkaliber sehr, sehr gut. Ist dort auch mittendrin mit seiner Atlantico. Und wir machen auch fleißig Schaden hier. Definitiv. Ich meine mit ca. 100 Zieltreffern 60.000 Schaden Knapp mit einem Zerstörer Kann man sich echt nicht beschweren. Haben natürlich auch den einen oder anderen Brand dabei gehabt der ein bisschen getickt hat. Und dadurch, dass natürlich so viele Inseln auf der Karte sind waren die Gegner mehr oder weniger immer hinter einer Insel und wir konnten sogar schießen ohne dabei wirklich entdeckt zu werden. Machen jetzt hier einfach unser Radar an durch unseren Kapitänskill weil da machen wir natürlich auch unsere Ladezeit etwas besser. Und auch wenn das Radar kein Gegner aufgeklärt hat ist es definitiv nützlich um einfach schneller Schaden machen zu können auch. Also gerade in Runden wenn ihr dieses Schiff mit dem Skill nutzen solltet macht es natürlich durchaus Sinn auch den das Radar zu zünden bei Zielen die nicht unbedingt aufgeklärt werden müssen. aber wo es sonst knapp werden würde dass ihr diese sonst nicht rausnehmen könnt. Von daher ruhig Radar drücken um mehr Schaden zu machen. Und ja wir gewinnen hier die Runde und erreichen damit auch den dritten Rang mittlerweile. Gibt natürlich wieder ein paar Belohnungen. Schöne Sache hier auf jeden Fall. Und ich würde sagen wir gehen auch mal ins nächste Gefecht. So wir sind im nächsten Gefecht diesmal auf der Karte Weg des Kriegers Lightning im Gegnerteam Schauen wir mal Sieht erst mal machbar aus würde ich sagen. Wir werden auf jeden Fall Richtung C fahren. Sieht auf jeden Fall so aus als wenn die feindliche Lightning ähnliches macht. sind hier auch geortet. Wir konnten auf jeden Fall schon mal alle Schiffe aufklären und da ist auch die Amalfi die dort gerade nebelt. Alle Schlachtschiffe konnten wir aufklären. Vermutlich die Amalfi glaubt ja nicht dass es die Lightning sein wird. Ja und ich würde sagen Torpedos haben wir schon mal grob rausgehauen. Fahren jetzt hier in den C-Punkt rein. Haben unsere Geschütze auch mal gedreht falls dort der Zerstörer reinfährt und da kommt er auch schon. Die Lightning kurz aufpassen mit den Torpedos und wir eröffnen natürlich hier das Feuer. Nutzen hier auch wieder unser Nebel um unser Radar von der Dauer her besser zu machen und gehen natürlich hier auf die Lightning. Ich hoffe dass wir ein bisschen Support bekommen. Meine Divisionskollegen haben leider keinen Winkel aber die anderen zwei Schlachtschiffe sollten eigentlich in der Lage sein auf die Lightning zu schießen. Jetzt wird es eng weil die Lightning hat sicherlich so nah an. Ja da sind wir schon aufgeklärt das ist alles andere als gut. Wir blenden uns natürlich jetzt durch unseren eigenen Nebel leider hat uns der 1000 Schaden oder sowas gefehlt. Ah ok wir konnten wenigstens die Lightning noch hier blind killen sonst wäre auch das Radar noch gekommen vom JC bisschen spät auf jeden Fall war aber auch nicht wirklich abgesprochen von uns wäre dort natürlich früher das Radar vom JC gekommen dann hätte ich wahrscheinlich nicht andersweise so viel Schaden kassieren müssen aber ja schade dass unsere zwei Schlachtschiffe da hinten nicht wenigstens einmal auf den Zerstörer mitgeschossen haben wir hatten ja wirklich die Lightning bis auf weiß nicht 500 Trefferpunkte allein runter geschossen gehabt so ziemlich allein und dort eines von den zwei Schlachtschiffen hätte halt enorm geholfen um das Ganze hier nicht abhängig von irgendein blind kill zu machen weil hätten wir mit der Salve die Lightning nicht blind rausgenommen dann wären wir hundertprozentig tot gewesen hat die Lightning natürlich gut gemacht das war mehr oder weniger ihre einzige Chance hatte natürlich auch den etwas besseren Support weiß nicht die Lightning hat glaube ich nicht allzu viel Schaden gegen uns gemacht den Haupt Schaden den wir kassiert haben waren von den anderen Schlachtschiffen speziell von den Sekunden der Zieten wahrscheinlich habe ich jetzt nicht ganz genau darauf geachtet aber war auf jeden Fall auch nicht optimal koordiniert in der Division hätten wir hätte ich dort gewusst dass der JC in Radar Reichweite ist oder eher gewusst dass ich so naht bin dann hätte man dort sicherlich schlimmeres vermeiden können aber gut passiert wir sind noch am Leben und das ist die Hauptsache feindlicher Zerstörers draußen sieht aber so aus als wenn es etwas schwieriger Runde werden könnte speziell mit dem Hintergrund dass wir halt unser ganzes Team ist sonst eigentlich relativ voll aber ja hauen jetzt erstmal die Torpedos in die Richtung aber wir müssen auf jeden Fall zusehen dass unser Team ein paar Punkte wieder bekommt nachdem die Amalfi komplett einfach bei A durchgefahren ist und unsere zwei Startschiffe dort dann leider auch weggefahren sind und wir nicht ein Schiff der A Seite haben müssen wir versuchen erstmal den B Punkt zurückzuholen den C Punkt kann ich natürlich komplett vergessen die Zieten schon mal draußen darf man vielleicht hier den ein oder anderen Torpedo auf die Roma können sogar ein zweimal mit unserer Hauptbewaffnung schießen ohne dabei aufgeklärt zu werden weil die Roma genebelt war hat sich quasi selber blind gemacht gucken wir mal ob wir die Amalfi hier wieder finden schriffsmäßig sieht es auf jeden Fall ordentlich aus punktemäßig sind wir aber theoretisch sogar hinten in der Runde aktuell weil die Gegner natürlich alle drei Punkte haben aber die Roma geht jetzt raus das war echt ein bisschen zu knapp ob es jetzt einen runden entscheidenden Unterschied gemacht hätte in diesem Fall wenn ich raus gegangen wäre und die Leitning überlebt hätte mit den paar Treffer Punkten werden sie spätestens dann vom JC raus gegangen hätte dementsprechend auch keinen großen Einfluss mehr haben können aber eine Stelle zu überleben ist natürlich allemal besser Amalfi kommt jetzt hier runter wie es aussieht und sie auch vielleicht mal nebeln in der Hoffnung dass noch jemand leider konnte noch niemand und die Amalfi sehen dementsprechend habe ich auch leider so ein bisschen mein Potenzial vom Radar verschwendet weil die Kombination funktioniert natürlich nur wenn man erst das Radar nutzt und dann den Nebel wenn man das andersrum macht dann ist das halt ganz normal wie bei jedem Schiff und Skill auch sondern wenn man die bessere Wirkungsdauer von Radar haben möchte muss man erst das Radar aktivieren und anschließend irgendwann den Nebel um dann auf die 20 Sekunden drauf zu kommen ganz ganz wichtig hätte einfach wahrscheinlich trotzdem das Radar drücken müssen hätten wir in der Runde eh nicht mehr gebraucht dann hätten wir hier noch mehr Schaden anrichten können gegen die Amalfi aber gut wie gesagt die Runde ist natürlich durch okay da ist die Amalfi mittlerweile raus gefahren aus dem Nebel vielleicht können wir nochmal unsere Torpedos grob gleich in die Richtung werfen wo ich nicht glaube dass die Amalfi so lange noch am Leben sein wird fährt hier so relativ gut nicht voll breitseite aber etwas breitseite ah geht eigentlich geht eigentlich aber ihnen geht halt gleich der Platz aus und dann muss er breitseite fahren zu unserem Team und ja Torpedos sind auch unterwegs okay Spiel ist an der Amalfi jetzt auch nicht mehr dran wir öffnen jetzt hier auch nochmal unser Feuer mit der Hauptbewaffnung Torpedos hätten drei Stück getroffen aber war natürlich nichts mehr von der Amalfi übrig aber die Runde ist gewonnen und es gibt hier direkt den nächsten Stern und ich würde auch sagen wir gehen mal direkt ins nächste Gefecht so wir sind im nächsten Gefecht Atlantico hier auch im Gegnerteam immer sehr unangenehm als Zerstörer speziell wenn auch noch zusätzlich etwas Radar in der Runde ist haben wir hier zum Glück aber nicht aber das limitiert natürlich so ein bisschen mehr unsere Möglichkeiten öfter die Hopbewaffnung zu nutzen wenn dann müssen wir es relativ intelligent machen und nicht wirklich so im offenen wir werden auf jeden Fall fürs erste Richtung B fahren theoretisch der B Punkt auch natürlich am riskantesten aber wir haben die besten Voraussetzungen mit dem Radar von daher warum nicht da haben wir auch schon mal die Anchorage entdeckt nebeln uns hier natürlich nicht aber die Anchorage wird sich wahrscheinlich bald nebeln dauert leider hier wieder ein bisschen ewig um stehen zu bleiben ich hab schon mal moniert also wenn es eine Sache ist die mir bei dem Schiff nicht gefällt ist dass man keinen Antriebsmod nutzen kann weil einfach alles sich so träge und langsam anfühlt ja sieht so aus als wenn der feindliche Zerstörer Richtung A fährt pingen wir natürlich für unser Team sollte dort jeden Moment reinfahren wir fahren jetzt hier in den B Punkt rein JC nutzt auch schon mal sein Radar kommen die Z23 Torpedos die Anchorage nebelt sich jetzt hier könnten vielleicht nochmal versuchen dort dann auch die Torpedos hinzuhauen haben diese praktischerweise jetzt auch gerade einsatzbereit nebenbei nehmen wir noch den B Punkt ein und dann ja ich glaube werde ich Richtung A rüberfahren da wir dort ja auch den feindlichen Zerstörer haben ok die Anchorage musste vermutlich wegen unseren Torpedos aus den Nebel rausfahren treffen damit zwar nicht die Torpedos aber nimmt ihnen natürlich die Deckung und hat jetzt auch dafür direkt schon gut kassiert und könnte dort auch sich festfahren an der Insel Gegnerteam pusht dort aber mit zwei Schlachtschiffen noch auf der A Seite glaube die Anchorage wird vermutlich nicht mehr so lange leben wäre dann wahrscheinlich Verschwendung dort die Torpedos zu nutzen von daher werde ich diese glaube ich für die Schlachtschiffe hier nutzen fahren dort auch gut gemeinsam rum das heißt höhere Chancen diese zu treffen ein Fächer haben wir einfach mal auf die Linie der Atlantico gepackt den anderen für die Vladivostok eigentlich der Zerstörer ist mittlerweile im B-Punkt drin da haben wir auch den Nebel gesehen und die Anchorage wurde ja schon so weit immer zurückgesetzt und trotzdem geht der Fortschritt nach vorne treffen dort auch insgesamt drei Torpedos und machen glaube ich auch Flutungen bei beiden Schiffen das heißt wir kriegen zwei Schadensbegrenzungsteams direkt raus wird jetzt hier gerade ein bisschen ungemütlich weil das Gegnerteam uns doch schon gut ins Kreuzfeuer nimmt weil die die Anchorage immer noch am Leben ist was sehr sehr nervig ist und ich glaube ich muss jetzt hier auch ein bisschen mithelfen heilt sich glaube ich auch wieder deswegen schießen wir hier auf jeden Fall mit nutzen hier auch unseren Nebel kassieren hier aber ziemlich hart hatte wahrscheinlich die Wladivostok könnten auch beide Schlachtschiffe gewesen sein schwer zu sagen Papierlos hauen wir aber auch wieder raus können jetzt aber wenigstens auch noch unseren Nebel nutzen um dort ein bisschen Schaden zu machen sofern wir natürlich Aufklärung hätten müssen jetzt selber hier mal kurz rausfahren für die Aufklärung sieht aber so aus als wenn die Wladivostok dort ein oder zwei Torpedos reindreht geht jetzt hier auch für den Blindschuss was gut ist dadurch bleibt er für uns aufgeklärt nehmen wir natürlich dankend mit Brand konnten wir jetzt noch mit unserer Hauptbewaffnung machen allerdings hat die Wladivostok natürlich eine gute Ladezeit nutzen jetzt hier auch noch mal kurz das Radar um die Atlantico aufzuklären jetzt sind wir eh wieder aus dem Nebel draußen für Aufklärung verliehen hier aber leider den Taktik dementsprechend wird eine knackige Runde definitiv feindlicher Zerstörer mittlerweile bei C wird dort von unserem Kreuzer gejagt wie es aussieht der JC natürlich jetzt hier auch nicht in der besten Position mit seinem Kreuzer hat aber glücklicherweise die Insel dort als Schutz und solange sich die zwei Schlachtschiffe nicht entscheiden sich aufzuteilen und beide gemeinsam rumfahren kann er eigentlich die Insel relativ nutzen um langfristig noch am Leben zu bleiben ich muss jetzt aber vorerst auf jeden Fall mal wieder in den B-Punkt zurückfahren Malfi hat Malfi hat den Zerstörer rausgenommen auch wenn wir dafür Malfi auch verloren haben 3 gegen 3 so definitiv hier noch nicht gewonnen speziell weil der JC dort natürlich von der Position auch nicht wegkommt die Bostock gibt leider wieder Gas aber gut wir holen uns jetzt erstmal den B-Punkt Gegner Team hier 70 Punkte in Führung dann sollten wir etwas aufholen und anschließend werde ich direkt in den A-Punkt reinfahren dann sollte das Gegner Team doch gut unter Druck gelangen weil dann keinerlei Punkte mehr in deren Besitz sind JC macht alles richtig hat dort seinen Sonar an fährt so die Gegner auf und fährt einfach auf der anderen Seite der Insel immer wie gesagt hätten sich dort die Schlachtschiffe aufgeteilt dann wäre es für den JC natürlich unangenehm geworden weil eine volle Salve hätte er vermutlich nicht überlebt können jetzt hier nochmal ein bisschen über die Inseln rüber schießen wo die Schlachtschiffe hinter lang gefahren sind ersten Fächer haben wir mal nach innen gesetzt falls sich ein Schlachtschiff entscheidet dem JC hinterher zu fahren von den zweiten Fächer Richtung Mitte falls dort der Atlantico weiter Richtung B fährt nehmen aber auf jeden Fall jetzt hier gleich noch den A-Punkt ein und dann sieht es punktemäßig auch richtig gut aus haben jetzt knapp die Führung was die Punkte angeht und in 15 Sekunden hätte ich auch zur Not noch mal meinen Nebel die Torpedos sehen auf jeden Fall auch nicht schlecht aus zwei Stück treffen und das war auch das Schadensbegrenzungsteam der Atlantico nutzen jetzt hier natürlich unseren Nebel und feuern los in der Hoffnung dass wir jetzt hier ein paar Brände bekommen wie gesagt Schadensbegrenzungsteam hat er ja genutzt leider bislang weil 20 Treffern knapp ein Brand dabei gewesen das wäre natürlich wichtig okay da haben wir den ersten Brand wurde auch Zeit und der zweite direkt hinterher das könnte sogar fast reichen um die Atlantico wenn er keine Heilung gleich noch parat hat rauszunehmen und den dritten perfekt Glück gehabt dass die Atlantico kein Feuer mit Feuer bekämpfen nutzt sonst wäre bei drei Bränden natürlich das Ganze direkt ausgegangen nutzt vermutlich den Sekunderskill was ihm jetzt hier zum Verhängnis wird er wird auf jeden Fall hier runter brennen und so ist es perfekt und damit ist auch nur noch die Schaltsmaterial übrig die relativ passiv in der Runde war allerdings hat er doch glaube ich schon guten Job gemacht weil ja unser Team auf der anderen Seite bei C ist draußen und eigentlich hatten wir mehr Schiffe bei der A B Seite als bei C also die Schaltsmatelli muss definitiv dort zumindest ordentlichen Anteil gehabt haben dass unsere Schiffe dort raus gehen gucken wir mal zu diesem Zeitpunkt ist die Runde natürlich garantiert gewonnen solange die Schaltsmatelli nicht beide von uns versenkt er kann niemals in der Zeit noch die Punkte stoppen dass sie 1000 erreichen E A oder B einnimmt und A oder C wird das natürlich nicht reichen bis dahin ist die Runde zu Ende aber trotzdem versuche ich jetzt hier natürlich noch mal ein bisschen Schaden zu machen Großkaliber holen wir uns ab hatten den Schaden dadurch auch schon früher erreicht und einen Brand kriegen wir hat auch direkte Schadensbegrenzungsteam genutzt wenn er dort eventuell ein Torpedo kassiert wäre das hier noch eine permanente Flutung das wäre natürlich noch das I-Tüpfel von der Runde nutzt das Radar und komm Torpedos ja ungefähr ach ne konnte er leider ausweichen hat vermutlich auch seinen Sonar an denke ich mal das ist natürlich nochmal top gewesen hätten wir jetzt hier noch einen Torpedotreffer plus eine Flutung gemacht aber die 1000 Punkte sind sowieso gleich erreicht von daher können wir jetzt hier auch gemütlich rumschießen ohne dabei raus gehen zu können da die Runde nämlich jetzt zu Ende ist und wir holen uns den Sieg auf jeden Fall etwas anspruchsvolle Runde hat etwas gedauert erreichen damit aber den zweiten Rang gibt natürlich wieder ein paar Belohnungen geile Sache auf jeden Fall und wirklich gutes Gefecht 3300 Basis EP fast und ich würde sagen ab ins nächste Gefecht so da sind wir auch auf der Karte Bergkette mal wieder wir nähern uns ja hier auf jeden Fall mit großen Schritten den ersten Rang Blätscher im Gegnerteam Missouri 9,5 Kilometer Radar müssen wir auffassen meins natürlich auch ein starkes Schiff sofern die Aufklärung vorhanden ist gucken wir mal wir werden auf jeden Fall Richtung C fahren mit unserem Radar können wir dort natürlich gut was machen denke ich mal interessanterweise nutzt feindliche Flätscher keine Funkortung sind nämlich nicht geortet wir sind definitiv das dichteste Ziel zur Flätscher aktuell von daher interessant auf jeden Fall haben wir schon mal die Mainz entdeckt waren der Division mit der Missouri die wird dort auch irgendwo in der Nähe rumfahren Funkortung zeigt hier so ein bisschen in die Ecke ich könnte mir vorstellen hier kommt die Fletcher vielleicht hauen auf jeden Fall mal die Torpedo schon mal in die Richtung für die Mainz haben wir natürlich keine Reichweite oh und da geht auch der Nebel auf ja das muss die Flätscher sein so dicht beim Cap gucken wir mal ob wir ihn mit den Torpedos überraschen können ja wir haben keinerlei Support hier auf der Seite das ist hier mindestens mal ein 1 gegen 3 die 2 division plus die Flätscher haben wir nutzen aber hier unser Radar und da ist die Flätscher wie zu erwarten und der eine Torpedo sieht echt gut aus sehr geil treffen die auch gut nutzen unsere Radar Nebelwannen Combo um weiter die Flätscher zu ärgern und ja was für ein geiler Kill 1 gegen 3 hier den Cap Punkt noch nicht eingenommen müssen ja ich glaube ich bleibe hier drin ich gehe auf Risiko wir sind zwar gleich in der Radar Reichweite allerdings meins ist noch ein Stück weiter rechts denke ich mal könnten wir mit durchkommen falls das nicht nutzt umso besser dann kriegen wir auf jeden Fall den C Punkt aber ja richtig geiler Kill natürlich an der Fletcher erst Torpedos auf Verdacht beziehungsweise mit Hilfe der Funkortung rausgehauen anschließend dann noch unsere Radar und Nebelwand Kombo ausgespielt und die Fletcher hatte definitiv schon mal bessere Gefechte sagen wir mal so ja da kommt auch das Radar jetzt von der Missouri müssen jetzt erstmal Gas geben leider ein bisschen viel Inseln hier im Weg wo wir nicht wirklich perfekt ausweichen können aber die Mainz sollte jetzt erstmal nicht wieder drauf schießen können auf uns und die Missouri ist noch am nachladen für die zweite Salve konnten die Missouri auch noch etwas zurücksetzen bremsen runter nicht 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 sehr schlecht gezielt war in Ordnung dennoch war es vollkommen in Ordnung 8000 Trefferpunkte jetzt hier zu verlieren dafür hatten wir den 10 Punkt noch geholt und die Missouri hat glaube ich auch andere Probleme mittlerweile unser Team dort natürlich im 4 gegen 1 kein Problem gehabt das eine Schiff da bei A zu versenken und wir können jetzt hier noch mal ein bisschen mithelfen Mainz wird wahrscheinlich gleich von hinten schießen auf uns da höre ich schon die Granaten ja aber die Runde sollte eigentlich so gut wie durch sein von daher brauche ich hier auch nicht unbedingt so ultra auf unsere Trefferpunkte achten bin bin aber gerade dadurch dass ich aus unserer Schussreichweite rausgefahren bin von der Mainz doch relativ schnell wieder zugegangen aber wir werden auf jeden Fall auch gleich weiterschießen auch wenn unser Antrieb gerade weg ist wie gesagt Gegnerteam hat hier nur noch zwei Striffe übrig das ist definitiv kein Gefecht mehr wo ich sage das wird knapp da müssen wir jeden Trefferpunkt achten sondern wir versuchen uns so schnell wie möglich hinter uns zu kriegen und vielleicht können wir jetzt hier die Mainz noch mal ein bisschen zur Weißglut bringen indem wir gut ausweichen die letzten Seifen haben wir auf jeden Fall sehr gut ausgewichen Ah da trifft er mal wieder aber ja wir machen auf jeden Fall auch den einen oder anderen Trefferpunkt Schaden hier hätten auch in zwei Sekunden unseren Nebel wieder nutzen wir auch mal warum nicht geht hier sogar macht sogar mit dem Blindfire weiter ein schlechter Versuch auf jeden Fall knapp vorbei ja und die Mainz sollte jetzt auch in den nächsten Sekunden rausgehen wahrscheinlich nicht mehr von uns weil wir nicht mehr drauf schießen können so ist es aber das war natürlich super man hätte mir aber wenigstens die 50.000 Schaden in der Runde noch gönnen können meiner Meinung nach aber gut wir waren knapp dran sagen wir es mal so vielleicht ist das Spiel ja so nett und rundet das Ganze in dem Ergebnis Fenster für uns auf manchmal passiert das ja oder ab je nachdem gucken wir mal die Runde ist jedenfalls gewonnen schöner Kill natürlich am Anfang gegen die Fletcher und dann lief das Gefecht quasi wie von alleine das war unser vorletzter Kill und nicht Stern und ich würde sagen wir gehen ins nächste Gefecht so wir sind hoffentlich im allerletzten Gefecht für diese Saison Jäger ja zwei bis drei Sekundär Schiffe die Flandra hat ja mittlerweile auch irgendwann mal einen Buff bekommen was die Sekundär angeht und ist dort jetzt natürlich auch leichter zu spielen mit der Sekundär also man leichter in Reichweite mache ich damit ansonsten noch ein Radarkreuzer Jäger sollte kein Problem sein aber der Rest könnte unangenehm werden schauen wir mal werden auf jeden Fall auch hier wieder haben die Karte ja schon ein zweimal gehabt in dieser Saison Richtung C fahren und dann gucken wir mal was dann so passiert es sieht leider so aus als wenn auch wieder kein Schiff von uns Richtung A fährt obwohl gerade die A Seite natürlich auch ein Traum ist für Sekundärschiffe als Beispiel unsere Bismarck hätte dort wenn er schon da so dicht startet ruhig hinfahren können weil da sind viele Inseln die man als Schutz nutzen kann hier eine Mitte offen ist halt nicht so geil eigentlich naja schauen wir mal so ich denke mal die Jäger kommt jetzt hier Richtung C gefahren hauen auf jeden Fall schon mal die Torpedos grob in die Richtung haben schon mal gefühlt unseren Finger auf dem Radar und die Jäger fährt auch hier rein nutzen auch unseren Nebel und schießen hier auf jeden Fall auf die Jäger der sich hier auch festfährt das ist natürlich perfekt leider ja wir haben 6000 Schaden kassiert komplett natürlich von den Kreuzern beziehungsweise Schlachtschiffen ich weiß nicht wo unsere zwei Schlachtschiff Spieler hinwollen die bei A gestartet sind mehr oder weniger treffen hier vereinzelt die Jäger noch blind wir haben auch noch einen Doppelbrand glaube ich gerade auf der Jäger brennen da kommt das Radar jetzt vom Kreuzer müssen dementsprechend leider unsere gute Position hier im Nebel aufgeben Bismarck Sekundär schießt natürlich jetzt hier auch auf uns müssen versuchen hier vielleicht dicht an die Insel ranzukommen äh ja echt schade dass eins von unseren Schlachtschiffen ich glaube der JC hatte dort leider keinen Winkel mit seinem Kreuzer aber die Schlachtschiffe hätten dort sicherlich ne Chance gehabt auf den Zerstörer zu schießen speziell weil dieser ja über 20 Sekunden von unserem Radar offen war also eigentlich außer jemand hat genau in dem Moment wo ich das Radar gedrückt habe geschossen auf was anderes hätte eigentlich auch jede Schlachtschiff die Chance gehabt einmal drauf zu schießen und das macht natürlich einen guten Unterschied der Taktik hat dort natürlich jetzt ein Problem weil unsere anderen zwei Schlachtschiffe dort mehr oder weniger komplett oben am Kartenrand rumfahren und daher muss ich jetzt hier versuchen vielleicht ein Play zu machen da haben wir auch die Jäger die uns aufklärt dann versuche ich diese natürlich jetzt hier raus zu nehmen bleibt uns nichts anderes übrig aufgeklärt werden wir sowieso nutzen jetzt hier unser Radar aber sind natürlich jetzt selber auch aufgeklärt und unseren Nebel hatten wir eben schon genutzt weiß nicht ob wir jetzt hier zugehen können gerade mit der Sekundär von der Atlantico ich glaube Torpedos vielleicht noch mal schnell raus ein Fächer den zweiten habe ich glaube ich nicht mehr rausbekommen ja bitter bitter wir haben natürlich den Zerstörer mehr oder weniger im Alleingang raus genommen die Jäger war in der Runde quasi komplett nutzlos hat wahrscheinlich ich weiß nicht hat er überhaupt auf uns geschossen mit der Hauptbewaffnung hat wahrscheinlich null schaden gemacht in der Runde außer er hat irgendwelche Schlachtschiffe getroffen das weiß ich natürlich nicht genau aber ist natürlich ungünstig dass wir jetzt hier in Anführungszeichen eins gegen eins was heißt eins gegen eins aber ein Schiff nur rausgenommen haben und dann gestorben sind das ist natürlich nicht unbedingt mein Anspruch dort nur zu traden wie man so sagen würde aber ja ein Flachschiff ist mittlerweile auch draußen von daher sieht es auf jeden Fall nicht ganz schlecht aus aber trotzdem ja ich hätte mir ein bisschen mehr also das Gegnerteam hat es gut gemacht gerade was die Positionierung der Schlachtschiffe insbesondere angeht wir hatten mehr oder weniger alle Schiffe auf einem Fleck das Gegnerteam hat dort schön verschiedene Winkel aufgebaut hat dann mit den Schlachtschiffen die A-Seite eingenommen auch noch knappes Ding definitiv noch für beide Teams alles offen das Gegnerteam muss eigentlich nur warten jetzt weil im Endeffekt wenn das Gegnerteam einfach die A- und B-Seite blockiert dann wird es über die Punkte auf jeden Fall laufen und ja also eigentlich müsste links das Schlachtschiff nur versuchen zu überleben aber er steht doch relativ offen dort weil er eine Atlantico hat und wahrscheinlich seine Sekunde erballern möchte aber wenn er sich jetzt hier einfach hinter einer Insel verschancen würde und die anderen zwei dort auch intelligent bei C spielen denn äh eine Flandre ist das die Atlantico ist schon draußen äh dann wird es hier auf jeden Fall eng Gegnerteam mittlerweile durch die zwei Cap-Punkte in Führung und unsere Iowa da hinten auch sehr breit Seite ich hoffe dass da gleich die Bismarck hinten nicht rumkommt sonst könnte es dort mal ordentlich klingeln ja da ist auch schon die Bismarck und ja hat die Iowa noch Glück gehabt hätte durchaus mehr kassieren können aber trotzdem gut was verloren wir haben natürlich immer noch den Schiffsvorteil keine Frage und die Widgeter hat jetzt auch nicht mehr die meisten Trefferpunkte ist dort gerade im Kampf macht es dort gut auf jeden Fall gegen den JC und der JC hat ja eher so einen AP fokussierten Kreuzer könnte hier eine enge Sache werden speziell weil die Bismarck halt auch noch die ganze Zeit auf den JC schießen kann und die Widgeter natürlich eine deutlich bessere HA hat Flandre dort auch mittlerweile mit dem Großkaliber wird ja richtig eng die Salve reicht das ist schon mal gut und der JC noch lebt da er brennt aber noch konnte aber den Brand löschen und wow da ist ja wirklich gar nichts übrig warte mal 183 Trefferpunkte alles easy hätten noch 182 weniger sein können okay aber das macht es auf jeden Fall deutlich entspannter weil wenn der JC dort raus geht ich weiß nicht die Iowa ist dort sehr breitseite ich glaube die lebt nicht mehr lange und wenn wir dennoch den C Punkt verlieren würden dann wäre es punktemäßig ganz im Keller würde ich sagen leider die Hauptbewaffnung vom Taktik gar keinen Schaden gemacht gegen die Flandre das ist natürlich nichts was man sich in der Situation dann wünscht immerhin wird der A Punkt jetzt hier eingenommen und auf der anderen Seite der JC auch den C Punkt mit der Iowa zusammen noch sind wir hinten aber wir hatten halt die ganze Runde immer zumindest kein Schiffs Nachteil sagen wir es mal so eigentlich immer ein Schiffsvorteil oder ausgeglichen und die Flandre sollte jetzt hier hoffentlich auch bald raus gehen sehr schön und ja jetzt ist nur noch die Bismarck übrig auf der anderen Seite und diese wird dort nichts mehr machen können auch wenn alle unsere vier Schiffe nichts mehr an Trefferpunkten übrig haben Afta ist von der Zeit einfach nicht mehr den B Punkt beziehungsweise die Punkte aufzuholen und Trefferpunkte bleiben ihnen natürlich auch nicht mehr viele übrig spätestens wenn der Taktik gleich schießt sollte es hier eigentlich reichen denke ich mal Bismarck schießt auch nochmal Iowa glaube ich auch also das sollte jetzt hier durch sein und so ist es sehr sehr schöne Sache konnten wir zum Glück noch die Runde gewinnen ganz ganz knappes Ding glaube ich die knappeste Runde fast in der gesamten Saison auch wenn wir noch vier Schiffe am Leben hatten die Trefferpunkte waren wirklich fast nicht mehr vorhanden und wir haben es geschafft zum 64. Mal in Folge den ersten Rang zu erreichen sehr geil abschließend schauen wir uns natürlich nochmal wie gewohnt schnell den Wehrpass von der 64. Saison an wir haben die Saison mit einer Siegrate von 88% beendet und haben insgesamt 16 Gefechte benötigt ja es war nicht unbedingt die angenehmste Saison ich persönlich bin eigentlich mit meiner persönlichen Leistung zufrieden wir wurden in dieser Saison dreimal insgesamt versenkt haben 18 Kills gemacht dementsprechend ein Zerstörungsverhältnis von 6,0 das eine Mal habt ihr ja eben quasi im letzten Gefecht gesehen wo wir versenkt wurden und die anderen zwei Male waren relativ identisch es war mehr oder weniger ein früher Kampf gegen feindlichen Zerstörer wir haben uns gegenseitig beschossen und dann sind halt mehr oder weniger beide Zerstörer rausgegangen in dem einen Fall bin ich ein bisschen früher rausgegangen und dann danach der Gegner und in dem anderen Fall war es genau andersrum dass ich halt auch den Zerstörer versenkt habe und dann leider halt vom Team rausgenommen wurde es ist natürlich so dass die Karten sehr sehr klein sind und das heißt für Zerstörer natürlich sehr sehr unangenehm man ist dann mehr oder weniger so gut wie immer in Radarreichweiten wenn man um die Cap-Punkte kämpft und natürlich auch viele Sekundärschiffe unterwegs die natürlich sehr sehr leicht und schnell in der Sekundärreichweite sind was natürlich dann sehr sehr weh tut selbst wenn die Spielers teilweise nicht mitbekommen dass ein Zerstörer quasi aufgeklärt ist schießt ja die Sekundär automatisch und da ist der Fokus auf Zerstörer einfach automatisch etwas höher von daher sehr sehr schade und in den ersten zwei Fällen wo ich mehr oder weniger rausgegangen bin wo der feindliche Zerstörer auch draußen war ist es aber so gewesen dass beide Runden leider verloren wurden es war nicht so tragisch die zwei Niederlagen die wir hatten weil wir beide auf einer unumstößlichen Stufe waren das heißt wir haben alle in der Division keinen Stern verloren und konnten dementsprechend auch die gesamte Saison bis zum letzten Spiel gemeinsam durchspielen was natürlich immer am besten ist wenn man dort nicht irgendjemanden oder meistens zwei Spieler denn hat die noch ein bisschen länger brauchen oder einer der halt schon durch ist wie man es auch sieht das ist natürlich immer ein bisschen doof aber ein bisschen schade die zwei Niederlagen aber ich glaube da hätte ich auch nicht viel selber als Zerstörer machen können war natürlich ein bisschen ungünstig dass danach die Gegner dann einfach ein bisschen besser gespielt haben aber ja was soll man dazu sagen 2075 durchschnittliche Erfahrung ist glaube ich gut würde ich mal sagen 51.000 Durchschnittsschaden ist jetzt auch nicht verkehrt für einen Zerstörer also allgemein wie gesagt ich bin zufrieden mit der Saison auch wenn die Siegrate natürlich hier nicht die beste ist aber definitiv natürlich auch gut gewesen um unsere Split was die Erfahrung angeht voranzubringen das war ja auch mehr oder weniger der Hintergedanke sonst hätte ich wahrscheinlich wenn es die Split jetzt nicht geben würde die Luoyang gespielt da haben wir ja auch fantastische Werte in den gewerteten Gefechten wenn wir uns das mal schnell angucken hier links Luoyang 72 Gefechte 99% Siegrate natürlich absolut mein Highlight von den ja Stufe 6 Stufe 7 Zerstörern was die Performance in den gewerteten Gefechten angeht aber Split hat auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht allerdings ist mir halt auch ein sehr sehr großer vor paar natürlich passiert dass ich halt einfach die falsche Skillung drin hatte den schlauen Fuchs ich weiß nicht ob ich vielleicht sogar dadurch eine Runde für uns verloren habe weil ich bin mir ziemlich sicher hätte ich das Radar in der einen Runde mit dem Nebel gleichzeitig gehabt dann wäre ich halt schneller gewesen hätte den feindlichen Zerstörer früher raus gehabt und hätte dann das auch vielleicht überlebt gehabt in der Runde ist schwer zu sagen nachhinein aber ja ich kann mir bis jetzt immer noch nicht erklären wann ich hat euch gefallen lasst auf jeden Fall ein Like dann Abo wäre spitze schaut in die Videobeschreibung dort findet ihr meinen Twitter Account mein Twitch Kanal mein Discord Server schaut dort gerne vorbei ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Leute haut rein ciao ciao